Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in der Vereinigten Staaten. Genauer gesagt bin ich in Oregon bei der Ransom Spirit. Ich habe hier Whippersnapper Oregon Spirit Whisky. Whippersnapper. Also laut meinem Wörterbuch steht da Frechdachs, Jungsbunt, Knips, Gerne Groß oder Grundschnabel. Also für mich immer wieder, das ist ein Jungsbunt. Whippersnapper ist so ein junger Kerl der einfach mal raus will und sein Ding tun möchte. Er glaubt, das kann er alles. Also ich habe so eine 17-jährige, möchte gerne, also Experte in allen Bereichen und das ist der Whippersnapper. So, mit Wachs überall versiegelt. Ich habe gerade mich gefragt wie kriege ich den auf und habe einmal gedreht und sofort das ganze Wachs fiel mir entgegen her. Also ja, hier überall Wachs, also doof. Ich schenke hier ein und dann erkläre ich ein bisschen was. Ich habe diese Flasche nicht für den normalen Preis gekauft, sondern ich habe den durch eine Auktion gewonnen. Ich habe einen Preis geboten und dachte, wird sowieso nichts. Siehe da, ich habe die doch bekommen. Also 79% Corn Neutral Spirit, also ein Grain Whisky, wenn man so will. Hochdestilliert auf ungefähr, glaube ich 92, 94% aus Mais und 21% Barley Spirits, also eine Gerstenspiritose da drin. Und wenn ich es richtig gelesen habe, das ist tatsächlich aus gemelzter und ungemelzter Gerste, hat es auf jeden Fall aus zwei verschiedenen Webseiten, hat das bestätigt. Gelagert in frische Pinot Noir, Weinfässern, frische amerikanische Eichen, wie auch Refilled, ähm, ähm, äh, Bourbon Fässern. Whisky Base 66169, 42%, kostet auch um die 42 Euro normalerweise. Und das kommt hier, und das finde ich sehr, sehr schön, von der DSP. Das ist der Distillers, ähm, Etikett. Jedes Land, also jedes Bundesland hat sein eigenes. Und das ist OR for Oregon, und das ist Distillerie Nummer 15, aus, ähm, Sheridan, Oregon. Distilled and bottled by Ransom Spirit. Ähm, was die gemacht haben, wenn ich es jetzt richtig sehe. Die haben Kentucky Corn Neutral Spirit genommen, hat das in ihre Maische reingetan und hat das ein zweites Mal destilliert mit diesem sogenannten Barley Spirit. Immer wieder machen Leute das, dass sie einfach mal irgendwas nehmen aus Kentucky, destillieren das ein zweites Mal, damit man sagt, hey, kommt aus Oregon, wir haben das destilliert. Ja, ähm, gut. Ich werde es vergleichen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich habe, aber der schlechteste Whisky, den ich seit langem im Glas hatte, und das sollte jetzt hier, habe ich gelesen, eine Mischung von Gin und Bourbon sein. Wenn man Gin und Bourbon mischen würde, ist das ungefähr was Whipper-Stapper sein soll. Und ich habe von Penny, der Ranchwood Kentucky Bourbon Whisky. Also, als ich meine, ähm, Verkostung gemacht habe zu Supermarket Whiskys mit Kohle, mit Ginger Ale und mit Sprite. Hat der Ranchwood & Pooh habe ich auch getrunken, hat fast immer am schlechtesten abgeschnitten, abgeschnitten. Wenn der Whipper-Stapper besser schmeckt als der, bin ich halbwegs zufrieden. Also, also ihr merkt, wie tief meine Erwartungen jetzt hier sind. Ich wollte die Flasche eigentlich nicht haben. Ich habe einfach gesehen, was sie normalerweise kostet. Ich habe noch niemals die Hälfte davon geboten. Und siehe da, ich habe sie gekriegt. Ähm, so von daher war ich selbst überrascht, dass ich sie habe. Hier, die gesamte Geschichte, was hier draufsteht, ist mehr oder weniger, uh, wir haben gesucht, wir haben, ähm, ähm, Zutaten gefunden, wir haben sorgsam alles gemacht, von der, von der Herstellung, von der Meisten bis hin zu, ähm, bis zu destillieren. Und dann haben wir einfach gemerkt, dieses Ding wollte aus dem Fass raus. Deshalb haben wir den Früh rausgelassen. Und deshalb heißt der Whipper-Snapper. Also meine, meine Oma hat das mal gesagt. Whipper-Snapper. Genau wie der Grund, der, 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 ähm, Jungspund. Also das klingt, als ob jemand, der 80 Jahre alt ist, mit einem redet. Bei uns war es dann der gleiche Begriff, was wir hatten von Phil Collins in seinem Einbiet. Wir haben den, ähm, oh, wie heißt das denn nochmal, die wir genannt hatten. Oh, ich habe vergessen. Irgendwas mit Carpet Creepers. Ja, genau. Oh, ist der aber wirklich kein Whisky. Also das hier ist eine süße, spritzige Sache. Mann, oh Mann. Also ich habe irgendwann mir geschworen, kein flavored Whisky zu machen. Ihr habt mir eigentlich gesagt, ich werde nur Whiskys machen. Aber ich glaube, bei St. George habe ich auch mal eine Ausnahme gemacht. Und ich habe kein Whisky probiert, sondern tatsächlich da auch, nein, irgendein Spirit mal. Äh, Ranchwood? Ah. Also der hat wenigstens, ich würde, oh, das ist ein Bourbon. Das ist ein schlechter Bourbon, ein metallischer Bourbon, ähm, aber das ist ein Bourbon. Das hier weiß ich nicht, ob ich das Bourbon erkennen würde. Ne. Ne, das ist kein Bourbon. Das ist kein, das ist hier... Also die haben es beschrieben, als ob man Irish Whisky nehmen würde. Auch das haben sie persönlich geschrieben. Jemand anderes hat Gin und Bourbon genannt. Und da hat man ein bisschen geschnitten mit Wodka. Also... Es ist auch ein bisschen parfümiert irgendwie. Also ein bisschen hier, äh, Gerste kommt durch. Ein bisschen rocken würde ich fast sagen. Aber das steht dann Barley Spirits. Autsch. Okay, was tue ich hier mit meinen Videos? Eigentlich bin ich dabei, eine Art Wikipedia von Whisky herzustellen. Mein Ziel, mein Wunsch ist, dass jemand googelt etwas und sagt, ich würde gerne wissen, wie es schmeckt. Tada, man findet Jason. Nun, ich weiß, ich werde es bei allen nicht schaffen. Also jedes Jahr kommt dann von mir aus 10 bis 20 verschiedene neue Whiskys auf dem Markt. Jetzt hier merkt man bei Whisky Base. Aber wenn ich erstmal... Ich schaue mal einfach bei, ähm, irgendein Online-Händler für Bourbon. Und ich würde sagen 90, vielleicht nur 80% von allen Bourbons, die anbietet, mein Video habe ich schon dazu gedreht. Man geht zu Irish Whisky. Man schaut dann da, was es denn so gibt. Ich würde sagen... 70% von allen Irish Whiskys, die man bestellen kann, habe ich im Video schon dazu gedreht. Und ich arbeite daran, dass es fast so viel 90% wird. Und das würde ich gerne auch weiter ausbauen, sodass jede Person in Deutschland sagt, hey, wenn ich was wissen will, zumindest habe ich Whisky aus der Sicht von Jason der Amerikaner. Deshalb nehme ich das, weil das auch angeboten wird, hier in Whisky am Online-Handel. Schmeckt das schlecht? Komisch. Seifig. Also es, 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 es schmeckt gemischt. Ich habe diese Neutral Spirits. Also, ähm, im Grunde eine schlechte Wodka. Und dann kommt einfach mal, man hat einen Schuss denn davon von einem Billig-Scotch dazugegeben. Also eine, ähm, was für ein Scotch nehme ich denn da? Ein Ockentoschen. Man hat ein Ockentoschen zwölf Jahre alt hinzugefügt. Und dann sagt, etch, das ist das Same. 20% Ockentoschen, 80% Wodka. Tada! Wow, meins ist das nicht. Meins ist es absolut nicht. Also, Ranchwood habe ich ein 4 Minus, glaube ich, gegeben damals. Lass uns sehen, was ich heute das dann dazu sage. Also, da kommt tatsächlich eine süße Bourbon-Moment durch. Ich habe hier Karamellnoten, ich habe einen Haufen Zimt, ich habe Vanille ohne Ende, ich habe ein bisschen Holz da drin. Ich habe einen Haufen meinen Maiskolben und auch noch ein bisschen Picon und Karamell da drin. Also, heute verglichen hiermit ist das hier eine, eine Prachtstücke. Aber der wirkt wässrig und er wirkt metallisch und er wirkt jung. Jetzt am Ende. Ah! Also, diese metallische bereitet sich mehr und mehr den Mund aus. Also, eine Bitterkeit ist auch denn da ein herbe Moment. Also, das ist tatsächlich eine der schlechtesten Bourbons, Supermarkt-Bourbons, die ich jemals geschmeckt habe. Keine Ahnung, wenn dieses Video rauskommt, aber ich werde und ich habe schon alles denn da. Ich werde eine, ähm, eine, wie heißt das denn, wie werde ich es nennen? Old Bourbon Advent Kalender. Ich habe einfach ganz gerade beschlossen, das Old zu nennen. Es gab einen Mann da unten in Süddeutschland, der hieß Mr. Bourbon, hat auch eine, ähm, größte Sammlung von Bourbons gehabt in ganz, ähm, Europa. Und der ist gestorben und jetzt hat, da war ein Freund hier oben von Thomas aus, ähm, Whisky Krüger. Und Whisky Krüger hat über den letzten Monaten, eigentlich die acht, ja, acht Monate jetzt hier, seine Sammlung kontinuierlich reingestellt. Und ich habe sehr viel davon gekauft. Also, ich habe bestimmt 30 Flaschen davon schon gekauft, sodass ich ein Bourbon Calendar anbieten möchte mit alten Bourbons. Also, die sind fast alle Straight Bourbons, also vier Jahre alt. Die sind alle 40%. Und die sind alle denn da, ähm, 60er, 70er, 80er Jahren. Ähm, aber die sind nicht unbedingt jetzt hier, ich kann Garantie geben dafür, wie gut sie sind, weil ich selbst sie noch nicht probiert habe. Ähm, hoffentlich sind alle besser als das. Wer an diesen, an dieser Adventskalender teilnehmen möchte, wer Interesse hätte, Preis weiß ich auch noch nicht. Also, ich muss alles kalkulieren hier. Also, ich ziehe erst mal um im August und ich bin schon umgezogen im August, weil dann kommen wir, dass hier veröffentlicht wird. Und dann, ähm, irgendwo September, Oktober werde ich dann Bilder online stellen und so weiter. Ihr könnt mich jede Zeit kontaktieren, whiskeyjason.gmail.com und ich kann euch auch vormerken. Also, ähm, ich denke, man müsste eigentlich bei, wenn ich eine 5 CL nehme, vier mal, genau, also 4 Euro mal 25, also mit 100 Euro ist man auf jeden Fall locker dabei, 24 bzw. 25 verschiedene alten Bourbons, ach, 5 CL zu bekommen. Also, das ist schon massig. Ich überlege, ob ich 2 CLs oder 3 CLs da annehmen, auch anbieten. Gut, nochmal zurück zu Whippersnapper. Also, da ist eine Kräuter da drin. Also, denn ich, nicht nur aus, das ist nicht Wachholder, zumindest sage ich, das ist Wachholder, nicht. Das ist eine Kiefernote. Das ist eine, eine Note, den ich schon irgendwo herkenne, allerdings im Kochen weniger. Doch, also, irgendwie beim Fisch tut man das da rein. Ich, ich, ich assoziiere es auch mit, ähm, Hustensaft. Also, ähm, es gab diese hochkonzentrierte Tropfen, die man auf Zucker damals als Kind drauf getan hat oder als Erwachsener, da hat man das dann probiert. Und das war, uh, und am Ende blieb dieses ölige, Anis-ähnliche Sache darüber. Also, es riecht total nach Medizin für mich. Erstens ist es kein Wischsteam, zweitens ist es ein Neutral Spirit, drittens ist es eine, ein Frankenstein geworden, das mit dieser, ähm, Barley Spirits dazu. Also, ich kann das gar nicht gut heißen. Also, kriegt von mir eine, ich bin überlegen, ob ich ein 4- oder 5 gebe. Es ist kein 5, es ist nicht furchtbar zu trinken, es sind 4. Es ist ein 4, ein 4-, also 1, bitte kaufen, warum hast du es nicht gelockt, längst gekauft, 2, kaufen, 3, kann man kaufen, 4, braucht man nicht kaufen, 5, warum wurde es hergestellt? Und es ist knapp davor, warum wurde es hergestellt? Also, eigentlich müsste ich es ein 5 geben, weil es, warum wurde das Zeug hergestellt, ja? Also, liebe Leute dort bei Ransom Spirits, und ich glaube, die haben ein paar andere Sachen gemacht, die halbwegs gut sind, muss ich sagen, no. Also, tut mir leid, ich kann das nicht gut heißen, sorry. Okay, okay, ein 5 kriegt der, ein Preis-Leistung, also auch bei 40 Euro herum, also auch ein 5. So, Whiskybase 66169, ich glaube, bei Vic.de und ein paar andere Anbieter kann man den auch weiser, hat das glaube ich noch, und so weiter kann man bekommen. Ich habe eine Flaschenteilung gemacht, wer gerne sich überzeugen möchte, kann auch bei mir ein Sample bekommen, aber ich weiß nicht, was ich mit der Flasche machen soll. Ah, ich liebe es manchmal, wenn ich Flaschen kaufe und selbstsiedlich mache, und dann nimmt keiner das von der Flaschenteilung ab. Ich habe bestimmt 15 Flaschen da hinten, in dieser Kategorie. Whisky Jason, hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist, was haltet ihr von Spirit Whisky? Ich betone diesen Begriff Spirit Whisky. Oft heißt es, denn da waren viele, viele Flaschen, die ich nicht gekauft habe in dieser Auktion, das war ein American Whisky. American Whisky ist genau das. American Whisky darf sogar, glaube ich, 60% Neutral Grain Spirit sein und dann 40% dann dort Bourbon sein. Man mischt das zusammen und ich habe da keine einzige American Whisky Flaschen dann gekauft. Ich glaube, einmal habe ich es gemacht, aber die gehört mir, weil ich einen Fehler gemacht habe. Die wird nicht in ein Svenskalender reinkommen, aber dieses American Whisky soll man meistens die Finger davon lassen. Es sei denn, man hat etwas wie Michters. Also Michters, zum Beispiel Sour Mash, ist nicht 51% Mais und deshalb darf er sich nicht Bourbon nennen. Unblended benutzt wieder benützte Fässer, deshalb darf er sich auch kein Bourbon, Straight Bourbon nennen. Also die Dinger sind gut, aber die sind einfach mal, die gehen außerhalb von der normale, die sprengen der Rahmen, die man sonst als Korsett auf Bourbon draufgelegt hatte. Gut, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Was haltet ihr denn vom American Whisky oder Spirit Whisky? Natürlich ist das Zeug ein bisschen mit sehr viel Vorsicht da zu betrachten. Thumbs up please. Danke nach oben, einen Daumen nach oben, bitte auf meine Sample-Liste schauen, bitte dann da auch mich direkt ansprechen. Whisky Jason at gmail.com. Sonst sehen wir uns morgen jeden Tag um 17.30 Uhr, es sei denn, dass es ein Sohntag ist und dann um 21 Uhr bei meinen Livestreams. Bis dahin, ciao! Bis dahin, ciao!